Der Flughafen, ein bewaffneter mit einer Geisel, er nimmt sie als Deckung, er hat die Maschine fast erreicht, du bist 30 Meter von ihm entfernt. Was denkst du? Schieß auf die Geisel. Was? Bring sie zu Boden, dass er seine Deckung verliert. Freie Schussbahn. Du bist total verrückt, weißt du das? Okay, Gentlemen, wir haben hier 13 Fahrgäste in einem Expresslift. Die Bombe ist bereits scharf gemacht, der Erpresser will 3 Millionen oder er sprengt die Notbremsen. Was kann den Absturz des Fahrstuhls aufhalten? Der Keller. Er kann überall zuschlagen. Zu jeder Zeit. Vielleicht können wir ihn an irgendwas erkennen. Warum legen die sich mit mir an? Denken die vielleicht, ich mach das hier auch Spaß? Für den Los Angeles Cop Jack Treven. Wirst du mir sagen, warum ich diesen Job angenommen hab? Red nicht, du hast bloß noch 30 Jahre, dann kriegst du eine wölkende Uhr und eine mickrige Passion. Cool. Wir können das Spiel damit. Ganz schön aufregend, nicht Jack? War ganz schön knapp, ne? Dass jemand die Stadt Los Angeles auf die absolute Probe stellte. Quizfrage, Superbulle. In einem Bus ist eine Bombe. Sobald der Bus über 50 Meilen pro Stunde fährt, ist die Bombe scharf. Wenn er unter 50 fährt, explodiert sie. Was machst du? Was machst du? Jetzt. Hast du ne Versicherung? Ja, warum? Ist er die einzige Lösung? Wir haben ne Lösung. Der Typ hat ne Bombe in den Bus gelegt. Wo ist Jack? Was denkst du wohl? Draufbleiben oder rausfahren? Rausfahren! Das ist die Messer. Das ist die Messer. Fertig! Das ist die Sprecher. Keanu Reeves. Dennis Hopper. Sandra Bullock. Quizfrage. Die Mündung ist auf deinen Kopf gerichtet. Was machst du? Was machst du? Speed. Schnallen sie sich gut an.